So, hallo Leute und guten Tag. Ich will euch heute zeigen, wie man sich Nutten ins Auto holt und dann richtig durchnimmt. Dazu muss ich mir jetzt erstmal eine holen. Das kann etwas dauern, ich habe schon Erfahrung gemacht. Wisst ihr was? Bevor ich mir aber die Nutte hole, hole ich mir diesen Wagen. Ah, da ist ja auch schon eine. Es sind sogar mehrere. Das ist gut. Können wir nämlich auch gleich schon anfangen. In den Wagen rein. Jetzt geht ihr da hin zur Nutte, parkt da, hupt sie an und hupt sie vielleicht nochmal an. Jetzt müsst ihr Z drücken zum Bestätigen. You want a good time, honey? Und dann einfach mit Z bestätigen, wie gesagt. So, jetzt ist es schon mal im Auto. Jetzt müssen wir uns noch ein ruhiges Plätzchen suchen. Am besten immer in so einer Gasse oder wo nicht so viel los ist. Also keine viel befahrene Straße am besten. Sondern so wie ich jetzt. In so einer kleinen Gasse. This seems to a good place. So. Jetzt machen die ja ein bisschen rum. Und die Kamera nervt gerade etwas. So ist besser. Okay. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Einfach an der Note ranfahren. Hupen, wenn sie nicht reagiert. Nochmal hupen, solange bis sie dich fragt, ob du eine gute Zeit mit ihr haben willst. Oder ähnliches. So. Ja, dann schönen Tag noch. Und danke für die, die zugeschaut haben. Und gebt Kommentare ab. Bewertet. Und abonniert mich am besten noch. Dankeschön. Tschüss.